Mr. Trump, es ist ja eine Art Hobby Ihrer Nation, in krisengebeutelte Länder einzumarschieren und gegebenenfalls auch einfach mal die Regierung zu stürzen. Es ist nur eine Idee, aber wären die USA nicht ein Land, in dem sich das auch mal anbieten würde? Wollen Sie da nicht mal die Regierungskritiker unterstützen, den Präsidenten absetzen? Immerhin könnten Sie sich anschließend damit prüsten, die größte Wirtschaftsmaßnahmen der Welt von Ihren größten Ideen frei zu haben. Ja, schon wenige Tage, nachdem in den USA mal wieder ein Schwarzer von einem weißen Polizisten getötet wurde, werden Stimmenlaut, die sagen, ja, aber es gibt auch Rassismus gegen Weiß. Ich hab das gelesen und gedacht, wow, echt? Das ist ja wahnsinnig egal. Wirklich, mir ist gerade völlig egal, ob es Rassismus gegen Weiße gibt. Erstens, weil Rassismus gegen Weiße, meines Wissens aktuell nirgendwo strukturell existiert, und zweitens, weil das halt gerade nicht das Thema ist. Wir reden gerade aus gutem Grund über Rassismus gegen Schwarze. Wieso also sollte man sagen, ja, aber es gibt auch Rassismus gegen Weiße? Was treibt Sie, Herr Neumann, CDU-Politiker aus Thüringen, an, diese Aussage zu treffen? Selbst wenn sie stimmen würde, spielt sie doch einfach gerade keine Rolle. Es gibt zum Beispiel ein hässliches Insekt namens Ulmen-Spiel im Käfer, das für einen Großteil des Ulmen-Sternens verantwortlich ist. Gibt es, aber das erwähne ich eher selten, wenn es um Zweigeweil gegenüber Schwarzen geht. Doch auch, es tut nichts zur Sache. So wie das potenzielle Land von Weiße eben auch nichts zur Sache tut, wenn es gar um das reale Land von Schwarzen geht. Es ist ein anderes Thema. Und klar, dass uns weißt, wir eigentlich nicht nur um Ulf, und wenn es da abweichst, wenn wir uns das Ulmen-Eginalien schreien, wir sofort haben, um es auch noch. Das ist menschlich und... Der Orang-Schene-Mann ist schlecht. Der Orang-Schene-Mann soll sterben. Ich hasse den Orang-Schene-Mann. Er ist schlecht. Du hassen den Orang-Schene-Mann. Alle hassen den Orang-Schene-Mann. Weil er schlecht ist. Weil er schlecht ist. Weil er schlecht ist. Illuminati